Hallo, ich bin der Kurt aus Regensburg. Ich bin vor einer Woche zwangsgeräumt worden und bin jetzt sozusagen verdeckt obdachlos, habe bei einem Freund unterkommen können. Ich bin zwangsgeräumt worden nach 35 Jahren, in denen ich in einem ehemaligen Sozialbau gewohnt habe. Das ist dann privatisiert worden, verkauft worden an die Heuschrecke Ennington, jetzt von Novia. Die haben das wieder nach zehn Jahren rekapitalisiert, in Eigentumswohnungen verwandelt. Und ein Eigentümerpärchen hat die Wohnung gekauft und mich dann, nachdem ich mich gegen Miterhöhungen gewährt habe und Nebenkostenerhöhungen und so weiter, mit mehreren Prozessen überzogen, fünf Klagen insgesamt. Und leider oder typischerweise ist ihnen vor Gericht Recht gegeben worden. Und ja, letztendlich hat es jetzt dazu geführt, dass ich zwangsgeräumt wurde. Ich war immer im Recht. Ich kenne die Mietgesetze. Leider musste ich feststellen, dass die Richter, die Richterinnen jetzt am Landgericht oder Amtsgericht Regensburg die Mietgesetze nicht kennen, beziehungsweise ihnen in aller Regel fast egal sind oder wurscht. Das ist schon einmal ein Skandal, diese ganze Vorgeschichte. Aber jetzt während dem Lockdown eine Zwangsräumung durchzuführen, das ist ja nur noch zynisch, das ist nur noch widersprüchlich, ist nur noch menschenfeindlich. Ich habe diesbezüglich mich auch an das Bundesministerium für Justiz gewandt, auch in Bayern an das Ministerium für Justiz, auch an das Gesundheitsministerium und auch an Herrn Söder, den Corona-Sheriff persönlich, und habe praktisch gefragt, seid ihr wahnsinnig, wie könnt ihr im Lockdown Zwangsräumungen erlauben. Aber die Profitinteressen zählen offensichtlich wesentlich mehr wie irgendwelche Lockdown-Distanzregeln und so weiter. Die Zwangsräumung ist allerdings am 19. Januar ganz kurzfristig ausgesetzt worden, weil ich auch einen Attest abgegeben habe, in dem mir suizidale Tendenzen bestätigt wurden. Die hatte ich auch. Es ist einfach unglaublich, wenn man erstens nach 35 Jahren seine Wohnung verliert, aber auch für mich als gerechtigkeitsliebenden Menschen ist es einfach so deprimierend, frustrierend, wenn man weiß, man hat Recht. Also so viel kann jeder vernünftige Mensch aus den Gesetzen herauslesen. Und dann so offensichtlich kaltschnäuzig von Richtern, die es eigentlich besser wissen müssten, einfach zwangsgeräumt wird. Also das hat mich in eine Krise gestürzt und deswegen ist kurzfristig die Zwangsräumung ausgesetzt worden. Allerdings gleich am nächsten Tag hat mich der Beschluss erreicht. Ich werde jetzt einem Nervenarzt vorgeführt und in diesem Beschluss ist auch Trinkstaden, wenn bei mir suizidale Tendenzen da sind, dann werde ich sofort meine Einweisung veranlasst. Und vielleicht wissen einige von euch, Regensburg ist bekannt dafür als einen querulanten Zwangs-zu-Zwangs-Psychiatrieren, zum Beispiel Herrn Mollat oder die Ilona Haselbauer, die sind in der Psychiatrie gelandet, aus abstrusesten oder eben auch Vertuschungsgründen. Und darum habe ich mich entschlossen, jetzt diese Woche am Montag die Schlüssel zurückzugeben, um der Psychiatrisierung zu entgehen. Ob ich jemals nochmal in Regensburg eine bezahlbare Wohnung finde, nach meiner Vorgeschichte wage ich zu bezweifeln. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Viele, viele herzliche Grüße für euer Mahnwache. Ich bin im Herzen bei euch natürlich und ihr seid bei mir. Ich habe so viel Solidarität erfahren in meiner Situation. Ich bin ja damit an die Öffentlichkeit gegangen, habe eine Petition gestartet. Das hat mir wirklich super geholfen und hat mir dann einmal gezeigt, das Einzige, was uns rettet, ist Solidarität. In diesem Sinne, Tschüss!